So ihr kleinen Schwuchtel, na ey, wir sind hier schon die ganze Zeit unterwegs und alter es geht nur an ein paar Automaten man, es geht, alter ey, wir waren an, keine Ahnung, elf Automaten oder so und haben jetzt insgesamt, hier habe ich gerade aus drei Automaten, da hinten sind noch welche, da ist wieder kein Automat, auf jeden Fall habe ich oder haben wir jetzt, ne, insgesamt so, keine Ahnung, 13 Euro oder so, alter und ich schwöre, was ich für Schmerzen habe am Fuß, ne, ey, das ist die ganze, das ist der ganze Aufwand nicht wert, ich schwitze wie ein Schwein, ey, alles klar, bis dann, das ist Hannover, Mann, das ist Hannover.